Jetzt ist ein Glück, wie es hier war. Wir haben heute noch ein Video. Jetzt bin ich angezeigt. Wir können aktivieren. Also die Antaktoe ist gut Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Gehts? Genau. Das ist komisch. Ich will nur sehen, dass ich rauskriege. Das ist alles. Das ist komisch. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Jetzt gibts gut. Okay. Ja, genau. Jetzt gibt es einen Rund-Heisalfall. Das ist richtig. Wir sind in den Prodau Naisi. Das ist ein Rund-Heisalfall. Nöchtlich... ...und die Rund-Heisalfall. Wir können auch den Rund-Heisalfall gehen. ...und den Rund-Heisalfall. Ja, wir können auch die Rund-Heisalfallarine ausdecken. Allein in der Rund-Heisalfallskraft geht es umspendium. Das ist alles hoch und lohnt sich im Gepikon, also nicht nur auf Zahlenbelager. Wenn ich sage, wenn ich ein Auto habe, nach Fertzhaus und Lager, dann kann ich das gleich machen. Das ist gut, das ist zu weh. Innen sind die, ja, keine gute. Das ist alles. Krass, das ist schon die Brüder. Das ist geil. Ja, die anderen hat ein paar Pfeifen fertig, die wir nacharbeiten haben, und dann zockst du raus. Von dem Rest ist jeder. Ernte, Aussagen und Tiere, das war mein gut, das war mal die Ernte, das war auch nicht, das ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut, eigentlich ist das so, von daher ist das so, wie auch mir aussah, muss auch sein, das ist herz, sollte eigentlich im nächstes Jahr anders kommen, ich muss schauen, wenn ich sobald ich die Ernte abgeschlossen habe, dann kann ich auf den Video-Mod halten, dann wäre das nicht mehr so kaltig, der Tempo ist dann, dann kann ich mir schon den nächsten Status so einstellen, dass ich sagen kann, ok, das wird auch dann funktionieren, weil es mit Klamm ist das andere. So, da war noch mal 5000 gewesen, das ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut. jetzt kannst du dir sagen, ob ich es nicht so richtig machen kann, das ist alles gut, denn das muss ich jetzt mal aufpassen. das ist auch eine bestelle, das haben wir auch mal sehen, die Schweine Das ist voll, super hoch, aber da hat man es rechnen, wenn man höchstens 50.000 Euro und nicht mehr, weil drunter dann 42.000 Euro, dann haben wir noch 4.000 Euro, dann müsste noch 4.000 Euro sein, okay. Das ist aber jetzt hier richtig, Mensch. Das kann ich natürlich mit meinen anderen Schweinen, weiter machen. Oh ja, das ist schön, ja. Ja, das ist schön, ja. Ja, das ist sicher. Das ist so geil. Da wird jetzt wieder. Das ist das, was es ist so geil. Das ist so geil. Ja, das ist so geil. Das ist so geil. Es ist ein sehr guter Pfeil, es ist ein sehr guter Pfeil, es ist ein sehr guter Pfeil. Auf Wiedersehen. Okay, das war's. Schauen wir mal die Felder nacharbeiten. Machen wir mal die Ecken ab. Wir haben alle ein Testnobel. Wir haben alle einen Testnobel. Und wir haben einen zweiten Modell. Und da ist noch immer ein paar Anstolzungen, wo die Tat der Alphermeisten nicht versteht. Wir brauchen nur Basen. Da sehe ich aktuell keine Rohrwände. Da kann wir sogar noch nichts. Wir haben auch einen Reis von einem Spruch. Zirn? Da ist wirklich geöffnet. Die Ecke wird in der Rücke, aber das ist für mich da. Alle Wiesenräume auch, wenn ich das essen kann. die große Riesen reichen die 3.5.5. die 3.5. 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 Dann kommt wieder raus. Dann kommt ein bisschen raus. Dann kommt noch ein paar weg. Dann kommt die Zeit raus und dann in den Frühjahrneuf kommt der Teufel. Dann kommt der Teufel raus. Also hört auch das in den Blick. Dann kommt wieder das Glas. und dann das auf 10 dann wird es zumindest nur das 1 1 2 wird es trocken gegen 10 kann man auch 5 gehen Ich habe die Hände, die hier. Ich habe das. Ich habe die Hände, die hier. Das waren 8 Tage fertig. Die Aussage können wir auch mal sehen. Erst ausgesehen, wie so die Fäden aus dem Salz zu machen. Gucken wir mal hin. Hier sind die Maschine für die Böcke. Das war jetzt für die Mehlensverwaltung. Das war jetzt für die Mehlensverwaltung. So, das war mir. Schauen wir mal los. Du hast keine Bewegung. 2. 2. 2. 5. 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 7. 7. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 12. Frühjahr los hätten und dann die Weizen, weil dann eigentlich der 1. März und der 2. kann man mal die ersten Nürzungen wieder bringen und zum Frühjahr anpacken sein würde und ganz anders. Frühjahr Nummer 2 Dann können wir theoretisch den Abfahrer nehmen. Ich glaube, es hat 10 Sekunden weniger als die Arbeit, aber ohne Ende. Ich werde es nicht feststellen, aber ein Stück kreis macht es noch nicht. Was ist ein Stück weg oder ein Stück kreischt? und dann haben wir noch eine andere Fälle zu nehmen ok, nicht das soll 13, danke Die Ränder schauen wir mal an, dass es hier meistens ist. Das ist ein Rundfunk, das ist ja. Ich habe das Glas in der Nacht. Ich habe das Glas in der Nacht. Ich habe das Glas in der Nacht. So sieht es gut aus. Dann haben wir vorne. Oh, toll. Das ist das für heute. Tschüss. Schönen Dank für die Einschauen. Ja, man. Das ist gut. Tschüss.